gefällt dir mein video dann schau in die video beschreibung dort erfährst du wie du mich unterstützen kannst weiter geht's hallo und herzlich willkommen zu einem neuen drill of the week mit den namen three points pre movement also wir wollen uns heute vor den ball wechseln bewegen ziel dieser übung ist es mit vorhand und rückhand druck auszuüben beinarbeit und freies spiel wir wollen punkte ausspielen und die übung funktioniert folgendermaßen wir spielen immer eine serie von drei punkten das ist einmal der vorhand inside out spieleröffnung dann einmal der vorhand inside in spieleröffnung und einmal die rückhand long line als spieleröffnung wichtig ist dass die spieler aus der bewegung kommen das heißt wir wollen eine möglichst realistische match situation herstellen und daher sollen die spieler sich vorher um eine markierung bewegen der die spieler im vordergrund sollen einen kurzen kurze steps um den kreis machen und der spieler drüben soll sidesteps zu der ersten einzel aus linie machen wir schauen immer die übung rein wir starten also hier mit dem vorhand inside out der spieler vorne gibt immer die spieleröffnung vor und in der zweiten beim zweiten ball wechsel wird mit der vorhand inside in gestartet und dann wird der punkt ausgespielt hier ein beschlückter stopp versuch danach wechseln die spieler wenn ihr drei spieler seid passiert passt das wunderbar ihr wechselt also immer nach zwei punkten das heißt der spieler der jetzt dran ist spielt mit der rückhand long line den punkt und danach spielt er noch die vorhand inside out also quasi startet dann die runde wieder von neun und diese übung gibt es gleich auch noch zwei variationen daher wie immer der tipp bei mindrel of the weeks bis zum ende dabei zu bleiben denn da seht ihr eben auch noch variationen und mögliche stolper steine hier seht ihr zum beispiel auch dass es wichtig ist bei dieser übung eben mit der korrekten fußstellung zu arbeiten gerade bei den vorhand bällen haben die spieler hier vorne häufig eben die offene schlagstellung gewählt was nicht ganz optimal ist hier solltet ihr darauf achten dass eure schüler die halb offene schlagstellung bevorzugen und das sind so sachen da sollte man auf dieser bei dieser übung dann aufpassen kommen wir zu den variations möglichkeiten dieser übung wie ihr hier seht eignet sich diese übung wunderbar um eben halt auch den netz angriff zu üben das heißt die spieler sollen jetzt hier auf einen kurzen ball angreifen das system bleibt das gleiche also wieder vorher bewegen dann hier zum beispiel der vorhand inside in angriffsball jetzt werden die punkte natürlich noch kürzer weil der spieler hinten extrem unter druck gesetzt wird wir wechseln wieder nach zwei bellen und jetzt wäre dann die rückhand longline wieder am start die missglückt hier dem spieler unten und wir schauen uns jetzt hier auch noch mal eine weitere variation an was man eben auch machen kann nämlich dass der erste spieler jetzt hier den vorhand inside out angriffsball spielt punkt wird ausgespielt punkt für den spieler hinten jetzt kommt wieder der zweite spieler rein hier starten wir jetzt wieder mit dem vorhand inside in angriffsball spieler läuft nach vorne und jetzt kommt die kleine neuerung beim dritten ball soll dann der punkt 2 gegen 1 ausgespielt werden das heißt wir schicken jetzt hier den zweiten spieler nach vorne und jetzt haben wir eine situation 2 gegen 1 und ihr könnt im amerikanischen doppel den punkt ausspielen ja eine kleine variation dann macht das ganze noch ein bisschen interessanter wenn wir 2 gegen 1 spiel situation haben und so kann man das ganze kombinieren solltet ihr vier spieler auf dem platz haben könnte man dann auch das 2 gegen 2 am ende spielen und dann müsst ihr nur sehen dass am besten die paarungen dann so wechseln dass eben halt auch immer unterschiedliche spielpaarung zustande kommen das könnt ihr erreichen indem ihr den ersten punkt ja sage ich mal spielt um den wechsel also wer den ersten punkt macht darf stehen bleiben und dann wechselt ihr immer nach zwei punkten so erreicht ihr dann auch mit vier spielern dass es immer unterschiedliche spielpartner gibt ich hoffe euch hat diese spielform gefallen und probiert sie einfach mal im training aus wenn ihr lust habt schaut in meine weiteren videos da gibt es weitere drill of the weeks für euch die in eurem training einfach mal ausprobieren könnt wir sehen uns beim nächsten mal nächsten freitag 17 uhr drill of the week time mit martin bis dahin und bye